Und Rechtsklick Dann gehen wir rein Okay, okay, das mach ich zuletzt. Ich mach einmal die 75er Plus Packs. Dieses Prime Ding mach ich zuletzt Komm, bitte. Also alle, also Wenn die 75er Plus, wenn die so 80 sind, dann ist das schon okay. Dann ist das schon komplett okay Dann ist das schon okay 79 Save. Schade. Das sieht ganz nach Icon aus. Schade Ey 82er und noch Innenverteidiger. Also alles was Gold ist, nehme ich mit. Komm ich lauf mal durch bis hinter Ähm Oh, Milner Ist auch eine gute Liga Kommt auch in die nächste SPC Bitte Gönn einmal Gönn einmal. Schade Oh, der läuft nicht mehr durch, Digga Z-O-M Oh, Özi So ein Mbappé wäre richtig scheiße Und sowas Ey Neymar wäre Liebe Komm, damit gehen wir jetzt auch da rein Bitte Gönn Bitte 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 FIFA Gönn Es ist ein Workout, oh mein Gott Oha Headliner Brasilien ZIV Sevilla Diego Carlos Irgendwas als Carlos Okay Wo spielt denn der? Ach, La Liga Letztes Pack für den Donnerstag Shit nochmal ein SPC gemacht, Digga Verein ist so leer Verein ist so leer und die werden mir jetzt safe nicht gönnen Wenn die mir jetzt gönnen Ja Digga, das war's komplett, läuft ja wenigstens durch Ach, kommt's Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal